Mein Name ist Manuel Flechtner und wir sind hier in der Winzer Bar und das im Hintergrund ist mein Weinberg. Der Weinberg, der liegt zwischen Bad Kößen und Rosbach. Ich bewirtschafte den Weinberg in der fünften Generation. Mir ist es wichtig, dass die Qualität ein sehr hohes Niveau hat. Es ist so, dass ich viel Wert auf Handlese lege. Ich lege viel Wert auf so wenig Maschineneinsatz wie möglich. Des Weiteren verzichte ich komplett auf Glyphosat und auf überflüssige Spritzmittel. Ich versuche also so naturnah wie möglich den Wein herzustellen und ich bin der Meinung, das schmeckt man. Wenn ich dann so durch den Weinberg gehe und so langsam die Ernte ansteht, ist es so, dass ich regelmäßig nach den Zuckerwerten gucke. Dann gehe ich natürlich durch und probiere die Trauben. Der reife Zustand der Trauben, das erkennt man auch wunderbar anhand der Kerne, wenn man die Bären aufbricht und wenn ich dann der Meinung bin, dass jetzt eine bestimmte Sorte jetzt gelesen werden kann, dann geht es in der Vorbereitung der Weinlese. Im Weinberg werden dann die Trauben so nah wie möglich von der Fruchtrote abgeschnitten, werden dann sachte in den Eimer gelegt und werden dann weiterverarbeitet. Wenn die Trauben geerntet sind, werden die Stiele entfernt. Das passiert mit dem Entrapper. Danach wird die Maische gesammelt und die bleibt dann gute ein, zwei Tage liegen, weil da die Extraktion der Aromstoffe stattfindet. Nach den zwei Tagen Standzeit wird die Maische abgepresst. So erhält man den Saft. Der Saft wird dann mit Hefe versetzt und wenn alles gut geht, wird daraus guter Wein. Also bei mir ist es so, dass man gerne vorbeikommen kann und den Wein direkt unterhalb des Weinbergs probieren kann. Also quasi das, was man im Glas hat, stand ein Jahr vorher im Weinberg und den ein oder anderen wird es vielleicht überraschen, was man geschmacklich alles so rausholen kann. Zukünftig wünsche ich mir, dass die Winzerbar sich vielleicht etabliert und ich früher oder später vielleicht sogar davon leben kann.